Hey Leute, hier ist mal wieder euer Waffenspezialist Saar und wir haben heute den Bomba Classic Energy. Nachdem ich nun schon zwei Sorten probiert habe, interessiert mich jetzt natürlich auch die Classic-Sorte. Die hat jetzt einen gelben Farbton, das ist auch wieder nicht Zuckerkulär. Das ist Ammonsulfid-Zuckerkulär. Ah doch, ist Zuckerkulär, aber es sieht gerade irgendwie ziemlich gelb aus. Konservierungsstoff ist drin und Taurin und Inusid und Koffein und lauter anderes chemisches Zeug. Aber bevor wir das Teil hier probieren, werde ich einen kleinen Glückskeks probieren. Aber heute mache ich das so, wenn ich den Spruch blöd finde, wenn ich den Spruch wirklich beschissen finde, dann werde ich ihn einfach nicht kommentieren heute. Herzlichen Glückwunsch, du bist auf dem richtigen Weg. Congratulations, you are heading to the right way. You are heading the right way. Okay, pull ring well out. Curl-Back-Tab. Ein nach hinten sich krümmendes Tab. Boah, heute geht das voll schwer. Boah, das geht fast gar nicht. Was ist da los? Boah, jetzt geht's. Ja, das riecht jetzt also wirklich ganz klassisch wie ein Energy Drink. Der Orange Energy Drink, der hatte noch so ein bisschen Vanille oder sowas drin oder Tutti Frutti oder sowas. Und der hier, der ist jetzt einfach nur Energy Drink Aroma, also so wie ein Red Bull. Allerdings hat auch dieser hier ein bisschen mehr Zucker. Die haben alle ein bisschen mehr Zucker. Das heißt, die müssen wirklich ganz kalt sein, sonst schmeckt das irgendwie komisch. Na ja, probiere ich es mal, obwohl ich es mir langweilig vorstelle. Kann ja nichts passieren. Cooler Song. Der Song ist in meinem Kopf drin, oder? Und wie krieg ich denn wieder raus? Ich muss auch irgendwann heute Nacht noch schlafen. Dann trinke ich eigentlich auch nachts einen Energy Drink. Das ist schon cool, aber wie stellt man den Scheiß ab? Das hört jedes Mal weh. Toll, jetzt kommt ein anderer Song. Vielleicht geht es ja weg, wenn man die Flasche leer trinkt oder so. Vielleicht kommen diese Effekte nur immer für die Dauer des Trinkens. Was ist das für ein Scheiß-Song, ganz ehrlich? Das habe ich beim ersten Mal gemacht. Oh, schon besser. So Leute. Das war der Booster Energy Drink. Es gibt nicht viel zu sagen. Es schmeckt halt nach einem normalen Energy Drink. Allerdings ein bisschen süßer. Da kann ich nur noch sagen, macht's gut, Leute. Probiert mal dieses nette Getränk aus Österreich. Und gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr weitere Reviews von mir sehen wollt, abonniert mich. Ciao, Leute! Daumen hoch, ich habe den Tag der Bauen, es hilft, wie auch die Gute. Auf das ist der Bauen, wir können uns die Gute hoch und die Gute hoch. Und hier veröhnung können wir die Gute hoch. Und hier. Also, wir haben einfach auch ein bisschen, wie viel zu sagen. Schnellen wir die Gute hoch, der die Brücher von demauchen. Wie das sind alle, wo es können? Ob wir die Gute hoch kommt drauf? Die Gute hoch. Die Gute hoch ist es nicht noch besser. Vielen Dank.